Zum einen haben wir natürlich den Entertainment-Faktor, das heißt, wir machen Zaubertricks für die Kinder. Es herrscht ein bestimmtes Ambiente allein durch den Duft, durch die Musik, die in der Praxis läuft. Wir haben ganz klares Wording, wir achten da drauf, dass, also ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Bei uns wirst du keine Helferin erleben, die nach Zigarette riecht. Du wirst keine Helferin erleben, die irgendwie wie eine Miesmuschel durch die Gänge läuft. Das gibt es nicht. Oder es gibt nicht irgendwie eine, die in Straßenklamotten vor dem Patienten rumläuft und nochmal schreit, Inge, ich hab dir dein Essen warm gemacht. Das gibt es nicht. Es ist schon eine Show, die wir für unsere Kinder spielen. Und die Show heißt, alles ist gut und alles wird auch gut. Weil wenn wir dieses Vertrauen nicht ausstrahlen, wie sollen denn die Kinder das Vertrauen in uns haben? Orthodontics and Practice Management. Dr. Baxman, The Speaker, Amazon Bestseller Author and Multi-Entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxmans Lean Orthodontics. Hallo Anne, schön, dass du heute im Podcast dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hab einen kleinen Fangirl-Moment, denn ich höre deinen Podcast ja auch. Ah, super, das ist toll. Du hast ja selber auch einen Podcast, den ich auch klasse finde. Und das ist sicherlich auch ein Thema, über das wir uns gleich noch unterhalten können. Aber ich würde eigentlich ganz gerne direkt mit dir starten. Nämlich, du hast eine ganz interessante Praxis gegründet. Eine Themenpraxis, würde ich es einfach mal nennen. Und da erzähl doch einfach mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hast du das dann auch umgesetzt? Und wie schafft dir das nachhaltig dann auch bei diesem Thema sozusagen zu bleiben? Weil das finde ich super interessant und klasse. Ich muss dazu immer sagen, ich wollte als kleines Kind immer entweder Superstar oder Bundeskanzlerin werden. Und jedes kleine Mädchen hat, glaube ich, auch immer den Wunsch, Prinzessin zu werden. So war das auch bei mir. Und deshalb hatte ich von klein auf, also ich hole mal ein bisschen aus, hatte ich von klein auf immer irgendwie den Wunsch rauszustechen. Also ich bin so eine Rampensau, das ist einfach so. Und dadurch, dass meine Kindheit immer sehr, sehr streng durchstrukturiert war und ich irgendwie ganz, ganz viele als junges Mädchen auch schon immer machen musste, hatte ich nicht die Möglichkeit, so eine ganz typische Kindheit zu haben, wo man gespielt hat oder mal ins Disneyland gefahren ist. Also bin ich mit, ich würde sagen, Ende 20 das erste Mal im Disneyland gewesen. Und das war wirklich so ein Lebenstraum auf meiner Bucketlist. Und als ich dann gesehen habe, wie diese kleinen Mäuse geweint haben, als so eine Parade vorbeilieb und die Lichter und dieses ganze Ambiente und dieses Gefühl, was ich auch in mir hatte, das hat mich so überwältigt, dass ich dachte, Wahnsinn, wie schön muss das denn sein, wenn ein krankes Kind nicht, und da habe ich überhaupt nicht an Zähne gedacht in dem Moment, sondern wenn ein krankes Kind, sagen wir mal auch ein finales Kind, was irgendwie, wo man davon ausgeht, dass es nicht mehr so lange zu leben hat, wenn ein Kind in so einer Atmosphäre irgendwie unterkäme und wenn die Ärzte Mickey-Mäuse wären und als Prinzessinnen verkleidet. Und ich kann mir vorstellen, das ist natürlich wissenschaftlich noch nicht 100 Prozent untermauert, aber es gibt ganz viele Anhaltspunkte dafür, dass eine Ambiente und dass eine Stimmung und ein Gefühl ganz viel auch für die Gesundheit machen kann. Und so kam dann die Idee, Mensch, ich würde gerne irgendwie ein Dorf bauen, was genau so ein Ambiente widerspielt, genau dieses Gefühl mir und meinen Patienten gibt, wie den Kindern im Disneyland. Und da habe ich dann pragmatisch gedacht, weil so ein Vorhaben ist ein Milliardenvorhaben und ich habe da auch schon mal die Fühler ein bisschen ausgestreckt und dachte dann, na gut, dann fangen wir mal an mit einem Proof of Concept. Ich baue jetzt erst mal eine Zahnarztpraxis mit dem Konzept. Und das hat glücklicherweise sehr, sehr gut funktioniert. Ja, total interessant. Insofern war auch die Assoziation mit Disneyland also scheinbar auch korrekt. Ich habe das einfach mal so in den Raum geworfen, um zu schauen, ob du das wirklich auch so siehst, ob der Gedanke da hingekommen ist. Finde ich super interessant. Vielleicht kannst du da aus dem Alltag noch ein bisschen so genauer sagen, was das bedeutet. Also Disneyland ist ja, sag ich mal, für zwei Dinge bekannt. Sag mal, einmal für das Thema Unterhaltung als solches ist der bekannter Teil, aber wer sich ein bisschen mit Business auseinandersetzt, und das bist du ja auch ganz klar, es gibt ja eine gewisse Servicekultur. Und der Walt Disney, der war ja nun echt ein krasser Typ, wer sich auch in seiner Vita mal auseinandergesetzt hat, der ja wirklich jahrelang, sag ich mal, mit seiner Passion extrem viel Gegenwind quasi durchlaufen musste, bis er dann tatsächlich dort angekommen ist und mit Mal lief das Ganze. Was kannst du bei dir einmal da wieder entdecken? Das ist das eine vielleicht. Und das andere ist, wie setzt du das konkret um? Nenn mal einfach mal zwei, drei Beispiele, wie das bei euch aussieht. Also das resoniert wahnsinnig mit mir, wenn du das so erzählst. Und ich bin ein großer Walt Disney Fan. Es ist übrigens sehr interessant, eine Dokumentation von ihm auf Netflix läuft. Die kann man sich anschauen, die ist wirklich super. Genau wie du es ansprichst. Zum einen haben wir natürlich den Entertainment Faktor. Das heißt, wir machen Zaubertricks für die Kinder. Es herrscht ein bestimmtes Ambiente allein durch den Duft, durch die Musik, die in der Praxis läuft. Wir haben ganz klares Wording. Wir achten da drauf, dass, also ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Bei uns wirst du keine Helferin erleben, die nach Zigarette riecht. Du wirst keine Helferin erleben, die irgendwie wie eine Miesmuschel durch die Gänge läuft. Das gibt es nicht. Oder es gibt nicht irgendwie eine, die in Straßenklamotten vor dem Patienten rumläuft und nochmal schreit, Inge, ich habe dir dein Essen warm gemacht. Das gibt es nicht. Es ist schon eine Show, die wir für unsere Kinder spielen. Und die Show heißt, alles ist gut und alles wird auch gut. Weil wenn wir dieses Vertrauen nicht ausstrahlen, wie sollen denn die Kinder das Vertrauen in uns haben? Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite ist es auch ein ganz klar durchstrukturiertes Business. Und wenn man hier eine Analogie sucht zu Disneyland, Walt Disney hatte sich damals schon, das war wirklich wahnsinnig zukunftsweisend auch, ein Müllentsorgungssystem überlegt. Und zwar hat der im Disneyland, müsst ihr mal darauf achten, bei den Mülleimern, die haben ein unterirdisches System, die zusammengeführt werden. Das heißt, du wirst da nie volle Mülleimer erleben. Und du wirst auch bei uns keine vollen Wartezimmer erleben. Du wirst bei uns, also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, du wirst bei uns keine Zimmer erleben, die irgendwie unterschiedlich aussehen. Da hat alles genau, also jede Sonde ist an demselben Platz. Das heißt, wenn ich in ein Zimmer komme, weiß ich ganz genau, wo ich hingehe. Und auch jede Helferin wird genau so eingearbeitet, dass das wie ein Uhrwerk miteinander funktioniert. Und da hat ehrlicherweise auch dein Podcast mir nochmal ganz viel geholfen. Die Frieda ist ja auch großer Fan. Und da haben wir uns auch nochmal ganz, ganz viel, was zum Beispiel die Meetingkultur angeht, übernommen. Also wenn ich das so höre, ich finde es total faszinierend und schön und freue mich auch. Erstmal danke für das Kompliment mit dem Podcast, wie gesagt, und so weiter. Und eine Mitarbeiterin von dir war ja auch schon bei verschiedensten Fortbildungen von mir und so weiter. Darüber haben wir uns ja unter anderem auch kennengelernt, dass ich da mal geschaut habe, wer steckt da eigentlich so dahinter. Und dann habe ich mich immer mehr fasziniert, auch für das, was du tust. Weil es ist natürlich auch, sag ich mal, unheimlich viele Themen, die wir im Bereich Management haben oder die ich auch im Bereich, wenn ich Praxen coache oder so, auch sehe. Und welche Punkte sind das einmal? Das ist das Thema Wording, wie du es nennst, sprich Skripte. Das ist das Thema Rollendefinition. Bekommt da nochmal eine ganz neue Bedeutung bei dir? Viele sprechen von Stellenbeschreibungen. Das ist ein Begriff, den mag ich gar nicht, weil viele auch den Unterschied nicht verstehen zwischen Personen und Rollen. Dass zum Beispiel eine Person nicht unbedingt an eine Rolle gebunden ist. Das ist ganz oft in ganz kleinen Praxen so, wo drei Leute arbeiten. Da gibt es eine, die macht alles und der andere macht auch irgendwie alles. Und dann passt das auch und keiner macht sich Gedanken. Und solange genau dieses Konzept da ist, funktioniert das auch. Aber es muss nur einer mal krank werden oder schwanger werden oder doch mal kündigen oder zu alt werden. Dann ist plötzlich ein Riesenloch dort, was an Wissen, an Fähigkeiten, an Schnittstellentechnik, an Kommunikation, an Patientenbindung, eigentlich an allem fehlt. Und insofern finde ich das ganz schön. Und die Frage für mich ist dann einfach, ist es für dich und dein Team leichter, die Rollen einzunehmen oder ist es schwieriger? Weil einerseits, sage ich mal, sind die Rollen natürlich schon relativ komplex bei dir. Wenn du sagst, es wird gezaubert, es wird dies gemacht, es wird jenes gemacht und so weiter. Andererseits hast du natürlich auch den Weg gefunden. Wenn ich meinen Mitarbeiterinnen sage, und ich bin ja so ein prozessorientierter Typ, also so ein Vulkanjahr quasi, wenn man so will, da wird das Ganze manchmal sehr abstrakt. Und für jemanden, der sich da nicht reindenken kann, im ersten Moment vielleicht schwerer greifbar, als wenn man sagt, hey, du bist eine Prinzessin. Ich habe es von Anfang an so gemacht, auch hier muss ich kurz ausholen. Ich hatte, als ich mit der Zahnmedizin angefangen habe, also mit der Selbstständigkeit, fast keine Freunde in der Zahnmedizin. Also ich hatte keine Freundschaften mit anderen Zahnärzten. Das war für mich irgendwie immer ein komisches Völkchen. Und deshalb konnte ich mich da nicht viel austauschen. Aber ich hatte schon immer ganz, ganz viel Unternehmer in meinem Freundeskreis und Künstler. Und so kam es dann, dass ich mich mit diesen Menschen darüber unterhalten habe. Und mein bester Freund ist ein wahnsinnig erfolgreicher Startup-Gründer. Und der setzt wirklich ganz, ganz toll viele, viele Sachen um, die in der Zahnarztpraxis heute noch nicht angekommen sind. Und das soll nicht doof klingen, aber wir Zahnis sind in vielerlei Hinsicht einfach noch sehr, sehr rückständig, wenn es darum geht, wie wir mit unserem Personal umgehen, dass wir selber so super unkritisch mit uns selbst sind. Und wenn ich überlege, wie viel Geld, also ich kann nur mal ein Beispiel geben, mein alter Chef, der ist ein ganz hervorragender Zahnarzt, das ist mein Ex-Mann, der hat 100.000 Euro ausgegeben, ich glaube in zwei Jahren, für Fortbildungen. Und also wirklich, das war eine absolute Koryphäe. Aber rate mal, wie viel Geld er ausgegeben hat für Management-Fortbildungen oder für Unternehmer-Fortbildungen oder Schulungen, die das ganze Team hätten fördern können. Zero, einfach zero. Und wenn ich jetzt meine Finanzplanung mache, das mache ich übrigens mit meiner Partnerin, Frieda, gemeinsam. Also die Frieda, die bei dir die Fortbildung gemacht hat, die wird jetzt Partnerin von Dentiland. Da überlegen wir ganz genau, hey, wie viel machen wir fachliche Fortbildungen, die natürlich auch ganz wichtig ist, gibt es aber auch tolle Tools, was man da digital machen kann. Crocodile zum Beispiel als Tipp. Und wenn man aber sagt, man möchte sein Unternehmen voranbringen, dann muss man sich halt auch mit dem Unternehmertum beschäftigen. Und da gibt es tolle, tolle Fortbildungen. Und da kann man auch mal über den Tellerrand blicken. Und das habe ich gemacht. Und wie gesagt, mein bester Freund Riccardo Pompa, der hat uns jetzt in Ibiza eine Woche wirklich durch die Mangel genommen. Und wir haben ganz, ganz viel geweint. Und ich glaube, die meisten Tränen liefen bei mir, weil ich ganz viele Fehler gesehen habe, die ich mache, ohne dass ich sie böse meine. Aber weil ich manchmal von meinen Mitarbeitern erwarte, dass sie genauso denken wie ich. und das kann man nicht erwarten. Und die geben alles für mich und die machen alles für mich. Und manchmal sehe ich das gar nicht. Und das musste ich lernen. Und genauso gibt es aber auch Sachen, die mich manchmal verletzt haben in der Zusammenarbeit. Und darüber so offen zu sprechen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das führt halt auch dazu, und da will ich nicht angeben, aber bei uns ist wirklich auch eine ganz offene Kultur, wenn jemand sagt, ich fühle mich heute nicht so gut, aus den und den Gründen. Ich werde heute funktionieren. Aber nur, dass du weißt, ich kann heute nicht 100 Prozent geben. Und das ist schon was, das bringt so viel für die Zusammenarbeit, weil man dann auch vielleicht sich dreimal überlegt, ob man heute mal in ein Feedback-Gespräch wird oder es vielleicht auf einen anderen Tag verschiebt. Und deshalb mein Ratschlag an alle, was ich in meiner jungen Zani- und Selbstständigkeitskarriere gemacht habe, ist, mal über den Teller angucken und bei sich selber anfangen. Bei mir über dem Schreibtisch hängt so ein Schild. Hier, was hängt da noch? Jetzt wollte ich damit schön angehen. Ich gucke gar nicht mehr drauf. Hier ist das Ende aller Ausreden. Hier ist das Ende aller Ausreden. Und das gilt nicht nur für meine Mitarbeiter, das gilt vor allem für mich. Das finde ich so schön. Und ich sage mal so, das ist etwas, was ich leider auch lernen musste. Es gibt nichts, was so unsexy ist wie Disziplin. Und Konsistenz. Weil das führt eigentlich eher bei allen zu schlechten Gefühlen. Bei den meisten führt es zu einem schlechten Gewissen vielleicht. Und dann im besten Fall führt es dann zu Neid oder zu Missgunst. Weil man sich dann fragt, wie machen die das? Warum machen die das? Haben die kein Leben oder was? Die kümmern sich die ganze Zeit darum. Die haben die ganzen Pläne dafür. Stell dir mal vor, ich muss zu der Anne gehen und da muss ich eine Prinzessin sein. Dann gehörst du halt nicht dazu, wenn du es nicht kannst und wenn du es nicht willst. So einfach ist manchmal das Leben. Und insofern da auch vielleicht mal die Auswirkungen, die ich von dir sehe. Du hast einmal gesagt, ihr habt so eine offene Kultur. Mittlerweile weiß ich auch, Kultur ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil Kultur nicht nur vorgelebt wird, sondern die Kultur muss auch mitgebracht werden. Und dann muss sie entsprechend in einem Großteil der Werte entsprechend auch übereinstimmen. Und das weiß man manchmal einfach nicht vorher. Wie ist das bei euch? Wie suchst du Leute aus, die zu dir kommen? Wie suchen die euch aus? Wie läuft das so ab? Und welche Maßnahmen macht ihr, damit die Kultur für euch weiter so griffig ist? Wir haben eine Effizienzplanung aufgestellt. Das heißt, ich habe mir ganz genau überlegt, wie möchte ich, dass welches Zimmer und welche Stelle, welcher Verantwortungsbereich, davon sprechen wir, welcher Verantwortungsbereich muss in welcher Zeit besetzt sein? Und Schritt für Schritt suche ich, bis wir das maximale Level erreicht haben. Das heißt, es ist zurzeit so, dass wir fast jeden Monat jemand Neues einstellen. Wie finden wir diese Leute? Ich habe das früher selber gemacht, indem einfach über TikTok, über Instagram, hey Leute, wir suchen wieder, babababababab. Und dadurch kamen wirklich sehr, sehr viele Bewerbungen. Das Problem an der Sache ist, es ist für mich wahnsinnig uneffizient, wenn ich mit jedem Einzelnen sprechen muss. Und das ist ein Luxusproblem, das ist mir total bewusst, weil ich weiß, vielen Zermarztpraxen geht das nicht so. Aber ich soll ehrlich sein, wir haben viele Bewerbungen bekommen. Und da war halt auch viel dabei, was nicht zu uns gepasst hat. Und deshalb habe ich mich auch hier entschieden, effizienter zu werden. Und da arbeite ich mit einem Dienstleister zusammen. Die heißen Dentalfreund, die übernehmen das für mich komplett. Und da habe ich ganz klar gesagt, was brauche ich? Und dann schicken die mir auf einem A4-Blatt wirklich einmal zusammengefasst. Das sind die Gehaltsvorstellungen. Arbeitszeiten sind okay. Die wissen schon vorher, wie die arbeiten müssen. Und das und das müssen sie beachten. Und die schicken mir sogar eine Einschätzung. A-Player, B-Player, C-Player. Das heißt, je nachdem, wie dringend diese Stelle zu besetzen ist, kann ich dann entscheiden, rufe ich einen C-Player überhaupt noch an oder kriegt der einfach nur eine nette Mail. Und auch das mache ich schon gar nicht mehr selber. Das macht mittlerweile auch bei mir meine HR. Und zu dem Thema Kultur, auch super interessant. Ich war ganz am Anfang auf dem Betriebswirt der Zahnmedizin in Westerburg. Und da haben sich ganz, ganz viele Kollegen darüber aufgeregt. Bei uns ist so eine scheiß Stimmung in der Praxis. Und ich dachte immer, Mann, was haben die denn? Und habe da großkotzig gesessen mit meinen fünf Mitarbeitern und dachte, hä, ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, jetzt sind wir 15, ein Jahr später. Ich verstehe schon, was das ist, aber da will ich mal ein Beispiel geben und vielleicht resoniert das mit dem einen oder anderen. Es saß eine Kollegin in dieser Fortbildung neben ihrer Praxismanagerin und sagte, also Gehälter und so und alles, was mit Geld zu tun hat, das will ich nicht mit meinen Mitarbeitern teilen, mit meinem Personal teilen. Personal finde ich auch so ein beleidigendes Wort, furchtbar. Mit meinem Personal teilen, die werden ja nur neidisch. Und das sagt sie neben ihrer Praxismanagerin. Und ich dachte mir so, Maus, das kannst du da jetzt nicht bringen. Aber das sehen wir selber nicht. Und genau so eine Verhaltensmuster hatte ich mir auch schon anerzogen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man immer wieder einen Spiegel hat. Und am besten einmal die Woche, einmal im Monat, so oft wie ihr irgendwie könnt, dass euch jemand mal spiegelt und sagt, du, pass mal auf, das ist gerade nicht in Ordnung. So wie du dich hier verhältst, ist zu bossy oder wie auch immer. Und aber auch für sich halt klar festlegen, wir hatten von dem Thema Jagdkultur auch wie offen Sommer miteinander sein. Ich habe auch gemerkt, dass bestimmte Sachen mich auf Dauer selber belasten. Ich muss nicht wissen, ob deine Katze gerade gestorben ist, außer es hat wirklich Einfluss auf den Betrieb. Wenn ich von 55 Mitarbeitern, was irgendwann mal die Auslastungsgrenze von diesem Dentiland jeden Tag erfahre, was zu Hause los ist, dann würde mich das überlassen. Das kann ich auch nicht. Deshalb gibt es auch da einfach Spielregeln. Was kommt mit und was darf zu Hause bleiben an Informationen? Das sind so viele Punkte, die ich jetzt gerne ansprechen würde, weil es ist so vollgepackt mit sehr, sehr wichtigen Erfahrungen und auch, sage ich mal, schon Schlussfolgerungen, die du daraus gezogen hast. Das finde ich wirklich total spannend. Also ich sehe da einfach sehr viele Parallelen in dem, wie wir beide jetzt zum Beispiel so ein Business sehen. Insofern habe ich da jetzt gerade ein irres persönliches Interesse daran. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, wo ich natürlich dann auch quasi wieder meine Rolle einnehmen muss, sondern ich muss so ein bisschen durch die Brille viele andere auch schauen. Aber ich nenne einfach mal so ein paar Punkte, die ich spannend finde. Das eine einmal, die ganze Struktur, die dahinter steckt, das ist immens. Diese Spielerischkeit, die so vordergründig da ist, die erfordert ganz, ganz viel. Ich werde dich gleich auch nochmal zum Thema fragen. Du bist eine extrem gute Kommunikatorin. Wer dich mal so ein bisschen beobachtet, du hast eine sehr ausgeprägte Fähigkeit, ein sehr subtiles Storytelling extrem gut durchzuführen. Das ist natürlich auch spannend, von Talent bis harter Arbeit. Da kommen dann so Dinge, die mich dann auch interessieren. Du hast von der Struktur in deiner Kindheit gesprochen. Also wir haben gleich eine ganze Menge Themen noch, die ich einfach gerne anreißen will, weil es so interessant ist. Und ich möchte nicht die Hauptredezeit hier übernehmen. Keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wisst ihr auch. Aber ich möchte mal ein Beispiel aus dem Coaching geben von mir gerade, wo ich eine ähnliche Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, auch immer mal wieder sehe. Ich mache sehr viel Online-Coaching, weil es einfach praktisch ist und weil es zeitsparend ist und einfach super, super gut geht. Und da habe ich dann meistens eine 1-zu-1-Session mit einem Mindset-Coach von mir, der ist noch dabei. Also es ist eigentlich eine 2-zu-1-Session in der Regel und dann der Inhaber oder wer auch immer dann gerade da bereitgestellt wird für den Coaching-Termin in dem Bereich. Und da sehe ich genau das, was du siehst, ganz häufig. Dann frage ich so, ja, ich sehe, du bist heute nicht allein in deinem Büro. Oh, ja, ja, genau, meine Mitarbeiterin ist noch da, die muss an dem anderen PC arbeiten. Sag ich, ja, okay, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee gerade ist? Ja, ja, gar kein Problem, ich habe ja einen Kopfhörer auf. Die hört ja nicht, was du sagst. Ich sage, ja, ey, aber zwei Dinge. Die hört erstens, was du sagst, bist du dir sicher, dass sie das hören soll? Und zweitens denkt sie sich den anderen Teil aus, den sie nicht hört, um die Geschichte zu vervollständigen. Was vielleicht viel schlimmer ist als das, was ich sage, weil ich weiß genau, wie ich reden würde, wenn ich weiß, dass jemand zuhört, für den es nicht gedacht ist. Das ist so spannend, wie du auch sagst, diese Selbstreflexion, diese Selbstbeobachtung, dass man manchmal einfach so ganz bei sich da ist und nur sich selber dann sieht. Sehr, sehr spannend. Ein großes Problem in der Zahnmedizin, absolut. Wir lernen es ja auch nicht. Also es ist gar kein Vorwurf. Und auch ich erwische mich immer wieder, dass ich in eine Rolle reinfalle. Ich bin so ein Ping-Pong-Ball. Ich gebe mal ein ganz praxisnahes Beispiel. Ich laufe durch die Gänge, mir fällt was ein. Und dann fange ich sofort an. Mach du mal das, mach du mal das, mach du mal das. Und schmeiße so Aufgaben hin. Habe ich immer gemacht. Das ist natürlich furchtbar für alle. Und einen Tag später habe ich mir überlegt, das ist doch eine doofe Idee. Nee, lass sein. Mach mal wieder so, mach mal wieder so. Aber mein Kopf, es musst du dir vorstellen, wirklich eine Achterbahn, die nie anhält. Sondern es fährt die ganze Zeit und da kommt wieder eine neue Impression. Da sehe ich wieder irgendwas. Und das will ich immer am liebsten alles gleich umsetzen. Und Frieda zum Beispiel ist so ein total strukturierter, aufgeräumter, ruhiger Mensch. Der fehlt vielleicht manchmal, dieser Druck zu sagen, wir machen das jetzt. Aber der kommt dann von mir. Und dadurch, dass wir jetzt zusammen das festgestellt haben, dass wir wie Yin und Yang sind, haben wir die 24-Stunden-Regel gemacht. Wenn Anne eine verrückte Idee hat, muss Frieda 24 Stunden darüber nachdenken und mir dann ein Feedback geben, ob wir es machen oder nicht. Das sind ganz schlimme 24 Stunden für mich. In denen sitze ich so auf Kohlen. Aber für sie ist das toll, weil ich sonst wirklich einfach zu viel, zu schnell immer will. Und dadurch haben wir jetzt einen Weg gefunden, der auch die Mädels einfach nicht überlastet. Weil, nochmal, man kann ja nicht erwarten, dass andere 16, 18-Stunden-Tage schieben. Das mache ich, weil ich mich dafür bewusst entschieden habe. Das kann man aber einfach nicht von Mädels erwarten. Und das muss man auch lernen und das muss man auch einfach anerkennen. Und wenn da jemand 10 Stunden Vollgas gibt, dann ist das einfach schon eine supergeile Leistung. Und alles darüber kann man gar nicht verlangen, finde ich. Da stimme ich 100 Prozent zu. Also finde ich definitiv so, das ist eine sehr, sehr gute Sichtweise in dem Bereich. Ich hoffe, ihr habt dieses Tool einfach jetzt auch mitgehört. Weil das ist ein sehr, sehr effektiver Bereich. Wir haben ja immer mal auch so Kleinigkeiten zwischendurch. Ob es die Zwei-Minuten-Regel ist, die Vier-Sekunden-Regel. Jetzt haben wir eine 24-Stunden-Regel. Super, super genial. Das sind natürlich auch Dinge, die man irgendwann braucht. Also ich kann es von mir aus auch wieder sagen, als ich mit drei Personen angefangen habe, habe ich ein ganz anderes Leben geführt als mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit 15 habt ihr noch was ganz anderes, als wenn ihr dann später 30, 45, das sind wir jetzt im Moment mit vielen Remote-Mitarbeiterinnen, auch in neuen Konzepten und so weiter. Dein Ziel sind 55, bis die Auslastungsgrenze erreicht ist an Mitarbeitern. Du wirst dich auf dem Weg sicherlich noch fünf bis sieben Mal neu erfinden müssen, inklusive neuer Tools, neuer Maßnahmen und neuer eigener Rollenbeschreibung. Auch was ein ganz, ganz zentraler Punkt ist dort in dem Bereich. Aber das ist auch etwas, was wir vielleicht direkt als Tools selber mitnehmen können, als Chefin, als Chef oder als Führungsperson vielleicht auch. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Ich bin mittlerweile viel, viel effizienter geworden, wenn ich in der Homeoffice oder einfach Remote arbeite von irgendwo. Außer ich habe tatsächlich konkrete Patiententermine. Das nehme ich jetzt mal raus. Weil wenn ich Patiententermine habe, dann bin ich nicht mehr Management, dann bin ich nicht mehr Chef, dann bin ich nicht mehr CEO, sondern dann bin ich einfach ein Arzt, der eine konkrete Rolle hat, nämlich die Patientenbehandlung. Da bin ich aber auch nichts anderes in dem Moment. Erst einmal, diese Unterscheidung ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der für viele schwierig ist. Weil meistens sind wir, und das ist auch mal wieder in den Coachings und so in der Betreuung, wenn ich eine Rollenbeschreibung mit jemandem zusammen mache, dann sage ich immer, es fehlt ein Punkt, das ist der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau. Und das ist genau ein Problem, was wir haben. Das geht mir genauso, wenn ich durch die Praxis gehe, dann kommen 20 Leute, ich muss hier eben sprechen, ich muss hier eben sprechen, ich muss hier eben sprechen. Andauernd ist irgendwas. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und jetzt komme ich wieder zu dem, was du auch sagst. Es kann manchmal auch schwer sein, sich in dem Moment dann abzugrenzen. Dann zu sagen, okay, erst mal möchte ich gerne wissen, worum es geht, aber nicht, dass du es mir jetzt auf dem Flur erzählst, sondern schick mir eine Nachricht. Sag mir deine drei wichtigsten Punkte, um die es gerade geht. Und dann finde ich für dich eine geeignete Zeit, wo ich mich dann auch voll dir widmen kann und dir zuhören kann und dir die alle Wertschätzung, die du verdienst, dann zuteil werden kannst. Weil wenn wir jetzt hier nebenher gehen, da kommen jetzt noch drei Leute, dann wäre ich keinem gerecht. Mein Tag wird scheiße und euer gleich auch. Weil es einfach nicht lösbar ist, das Problem. Und das sind vielleicht nochmal interessante Punkte, wo ich von dir dann vielleicht auch wissen will, wie genau machst du das? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du hast eine schöne Rollenverteilung gefunden. Okay, das kann jetzt ein Glückstreffer sein oder es kann auch angebahnt sein. Und so wie ich dich bisher einschätze, ist es 80-20 für das Anbaden. Ich habe es so gemacht. Ich hatte wirklich großes Glück mit der, ich sage es jetzt mal, der Erstausstattung an Mitarbeitern. Das war einfach wirklich ein Glücksgriff, weil die kannte ich überhaupt nicht bis auf eine. Und das war einfach ein wahnsinniger Glücksgriff. Und dieses Team war von Anfang an so toll, dass die mir auch Feedback gegeben haben. Und so sind wir gemeinsam gewachsen. Das war ein großes Learning. Und wir haben eins gemacht, vor der Praxiseröffnung habe ich die geschnappt und bin ins Disneyland gefahren. Da habe ich gesagt, genau das will ich, dass wir das transportieren in der Praxis. Da habe ich halt mit denen drei Tage Disneyland gemacht. Und das war super. Das hat gleich dieses Team zusammengebracht. Und ich habe von Anfang an ganz klar und offen meine Wünsche kommuniziert. Ich habe von Anfang an aber auch meine Schwächen kommuniziert. Und das ist eine Übung, die war ganz, ganz toll. Vielleicht kann ich die euch mitgeben. Wir haben uns hingesetzt. Das war an einem Tag, wo wir danach nicht mehr arbeiten mussten. Und ich habe einfach mal, das habe ich auch bei den Dentalen Power Days gemacht, ganz traurige Musik angemacht. Und habe gesagt, jetzt stellt euch mal vor, wie soll euer Leben in zehn Jahren aussehen? Worst-Case-Szenario. Also was ist das Schlimmste, was eintreffen kann? Was sind die Sachen, die auf gar keinen Fall passieren dürfen? Und das ist jetzt eingetreten. Da habe ich hoffnungsvolle Musik angemacht. Und habe gesagt, jetzt stellt euch mal vor, Best-Case-Szenario. Wie sieht es aus? Wie lebt ihr? Wo lebt ihr? Wie sieht euer Job aus? Arbeitet ihr überhaupt noch? Und es gibt keine falschen Antworten. Und da waren wir so sechs, sieben Leute. Da habe ich gesagt, okay, erzählt. Wollt ihr darüber sprechen? Und ich habe ganz offen gesagt, für mich wäre die Horrorvorstellung, sechs Tage die Woche in der Praxis von 8 bis 18 Uhr, Patientenbehandlung, alle sind unglücklich, alle hassen den Chef. Das wäre für mich die absolute Horrorvorstellung. Was wäre meine Traumvorstellung? Wir haben dieses Dorf gebaut, alle sind happy, jeder hat seinen Traumjob gefunden, seine Position gefunden, in der er sich mega fühlt, ist mit seiner Familie glücklich und lädt mich dann zu seiner Hochzeit oder zur Kindertaufe ein. Und wir haben uns ein Leben erschaffen, wo wir einfach glücklich sind. Das berührt mich total, weil, Entschuldigung, es war so eine tolle Übung und immer dann, und das kann ich wirklich euch mitgeben, wenn ihr mal eine ganz blöde Situation in der Praxis habt, und das gibt es einfach, das haben wir auch, wenn ihr merkt, da ist gerade eine ganz komische Stimmung und wir kommen da nicht raus, geht mal richtig tief in euch, macht zum Beispiel sowas. Das kann man auch ohne Coach machen, aber natürlich empfiehlt es sich, wenn man da nicht so einen Bezug zu so einen Sachen hat, dann holt euch einen Coach. Und das hat die ganze Dynamik in unserem Team verändert, weil jeder weiß, was ist das Ziel, was ist mein persönliches Ziel, aber was ist auch das Unternehmensziel. Und meine Aufgabe als Chefin ist es, jeden Mitarbeiter einen fairen Arbeitsplatz zu schaffen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, sein volles Potenzial zu entfalten. Meine Aufgabe ist nicht, den Mitarbeiter zu motivieren und meine Aufgabe ist auch nicht, sein komplettes privates Leid mitzutragen. Und das haben wir dadurch festgestellt. Das war ein ewig langer Prozess. Wie gesagt, das hat auch lang gedauert und die größte Arbeit war an mir. Und das müssen wir uns immer wieder merken, wenn irgendwas nicht funktioniert im Praxisalltag, dann weil wir die Leute nicht gut genug geschult haben, weil wir es nicht gut genug geplant haben oder weil wir vielleicht in der Kommunikation noch nicht stark genug sind. Und ich bin nicht perfekt. Ich arbeite jeden Tag weiter dran. Und die Sachen, die ich nicht gut kann, die habe ich einfach abgegeben. Und das glaubt man jetzt nicht, aber in Feedbackgesprächen bin ich oft sehr, sehr schroff und sehr hart und verletze damit Menschen, obwohl ich es überhaupt nicht möchte. Und deshalb führe ich sie nicht mehr. Habe ich abgegeben, komplett. Total interessant und spannend und auch schön zu hören. Das sind auch wieder so viele wichtige Punkte dabei, die da benannt werden, das Abgeben von Dingen. Dann auch. Und auch, sag ich mal, die Auswahl, warum sie abgegeben werden. Wir haben hier so viele Themen, die wir jetzt gerade anreißen. Und da sieht man nochmal, möchte ich einfach mal betonen, die, die erfolgreich ein Unternehmen Zahnarztpraxis führen. Was für eine andere Denke sie tatsächlich haben, als viele, die einfach Zahnarzt, Zahnärztin sein wollen, was auch okay ist. Wo man dann aber auch wiederum hingehen kann, sucht euch Strukturen. Also zum Beispiel, ich habe im Coaching eine Zahnärztin und sie träumt davon, Unternehmerin zu sein. Aber sagt sie, weil sie irgendeinen Mangel, den sie hat, damit ausleben möchte. Eigentlich möchte sie aber 9 to 5 und am liebsten auf Anweisung. Und das gibt es dann manchmal auch, dass dann von mir als Coach dann erwartet wird, sei bitte mein Manager für mich und mein Leben. Und das funktioniert natürlich nicht. Da muss man wieder ein bisschen anders reingehen. Und jetzt finde ich schön, also ich greife einmal den Punkt auf, Feedbackgespräche abgeben. Wir geben ganz gerne als erstes ab, worauf wir keinen Bock haben. Und das kommunizieren wir auch so. Und das ist wieder, greifen wir wieder zurück zu dem Punkt, was du vorhin genannt hast. Wie kommt das an, wenn wir irgendeine, ich sage es mal echt so, wie es ist, eine Scheißaufgabe an irgendjemand abgeben und wir die auch so benennen? Wie soll sich das Gegenüber in dem Moment fühlen, wenn sie diese Scheißaufgabe übernehmen soll? Damit geben wir nämlich nicht nur eine Wertung für die Aufgabe, sondern auch für die Person und schaffen eine Hierarchie, die wir gar nicht wollen. Oder wenn wir sie wollen, dann sollte man eigentlich uns aus dem Praxisbereich eliminieren, um das mal so zu sagen. Also wie stellt man das fest? Und jetzt komme ich nochmal zu dir, weil da hast du auch was Interessantes gesagt, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Nämlich das Thema, du kommst so super sympathisch rüber. Aber ich bin mir sicher, du bist knallhart, du kannst es auch sein und es würde auch gar nicht anders gehen. Ja, du kannst nicht 24 Hours irgendeine Prinzessin sein und hier ein bisschen Zauberstaub um dich. Das funktioniert nicht. Und so finde ich das eine schöne Selbsterkenntnis. Und da möchte ich von dir einmal wissen, wie machst du das genau? Weil du führst dein Land, dein Dentyland, sicherlich mit einem harten Regime, weil es muss einfach sein, damit es so diszipliniert durchgeführt wird. Und nicht dann irgendwie ein komisches Zwergendorf wird, sondern es soll ein Dorf mit Prinzessinnen und so weiter sein. Und andererseits aber auch, sage ich mal, dieses Weiche zu behalten, was auch notwendig ist, um nicht zu verletzen quasi. Erstmal vielen Dank für die Blumen. Zum einen beziehe ich in jede große Entscheidung das ganze Team mit ein. Und ich gebe mal hier ein Beispiel. Wir haben eine Schichtplanung genommen. Die habe ich von meinem Kumpel Stefan Helker bekommen. Der ist, würde ich sagen, einfach was so Effizienz angeht, einfach wirklich Wahnsinn. Und wir haben wirklich die maximale Auslastung aller Zimmer mit ihnen geplant gehabt. Mit Früh- und Spätschichtung. Und die Mädels haben das mitgetragen. Haben aber nach einem Monat offen und ehrlich gesagt, hey, das ist körperlich einfach kaum zu schaffen. Und das ist wirklich wahnsinnig auslaugend. So, jetzt hast du als Unternehmerin zwei Möglichkeiten. Du triffst eine Entscheidung für die Wirtschaftlichkeit und für eine Effizienz. Oder du triffst eine Entscheidung fürs Team. Jetzt dürft ihr mal raten, welche Entscheidung wir getroffen haben. Natürlich für Nummer zwei. Denn wenn ich mein Team runterrocke, dann kann ich halt auch nicht erwarten, dass die da noch 100 Prozent liefern. Oder 95 Prozent. Und dann haben wir kurzerhand nach einem Monat jetzt einen neuen Schichtplan geschrieben. Komplett wieder alles über Bord geworfen. Natürlich ist jetzt die Praxis dann nicht so effizient ausgelastet. Also nicht von sieben bis abends um acht. Aber trotzdem noch effizient genug. Das mussten wir ja sicherstellen. Ist ja irgendwie auch unsere Aufgabe als Unternehmer, das sicherzustellen, dass dieses Unternehmen noch in der Lage dazu ist, auch alle Gehälter zu zahlen. Das ist aber auch allen klar. Aber es ist trotzdem so, dass wir es schaffen. Und das Wort hasse ich eigentlich, Work-Life-Balance. Aber für die Mitarbeiter eine Work-Life-Balance herzustellen. Und das funktioniert halt nicht, wenn sie erst um neunzehörig sind. Das haben wir für uns festgestellt. Das ist super patientenfreundlich, klar. Aber da bin ich dann eher pro Mitarbeiter statt pro Wirtschaftlichkeit. Das kann man gar nicht so trennen. Also das ist der erste Punkt, wo ich dir widersprechen würde. Einmal bei zwei Wörtern. Einmal, wie du es jetzt sagst, denn ein zufriedenes, funktionierendes, funktionales Team wird wesentlich mehr leisten als jedes andere Team. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt, sage ich mal, in KPIs sein, dass wir halt quasi Messwerte haben, wo wir sagen, keine Ahnung, wir haben jetzt pro Tag so viel Umsatz gemacht. Aber das wird schon alleine dadurch entstehen, dass sie wiederum bestimmte Patienten auch anziehen, die von der Stimmung, die herrscht, passen. Das heißt, einen kulturellen Fit sozusagen auch wieder bedeuten, was gleichzeitig auch aber wieder die Arbeitsstimmung dann steigert. Das heißt, das sehe ich ganz oft bei Praxisgründerinnen und Gründern. Die sind am Anfang, haben ihre 450.000 Euro für die neue Praxis aufgenommen und dann holen sie jeden von der Straße rein, der vorbeiläuft, weil sie denken, oh Gott, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Kohle ranschaffen hier, sonst geht das Ganze nach hinten los. Und damit machen sie sich das Leben unheimlich schwer, nämlich dass sie quasi ihr eigenes System, ihr Wertesystem, ihr Team, ihre Strukturen infizieren mit etwas, was sie nicht wollen. Ich sage das extra mit so krassen Worten jetzt einmal. Und da ist wirklich eine kulturelle Auswahl, auch bei Patienten, sicherlich wichtig. Das Zweite in dem Zusammenhang, was ich sehr schön und wichtig finde, ist, dass wir als Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, dann auch eher Ressourcen bereitstellen. Das können Systeme sein, das kann das Gehalt sein, das kann bestimmte kulturelle Aufnahmefähigkeit. Da kommen wir immer wieder zu den Themen, die ich quasi an anderen Bereichen bespreche. Zum Beispiel, ich habe das immer Kaufmotive genannt. Kaufmotive ist aber auch etwas, wo man sagen könnte, im Prinzip sind das Überzeugungskriterien. Es gibt Menschen, die stehen auf Status. Es gibt Menschen, die stehen auf Gemeinschaft. Es gibt Menschen, die stehen auf Nachhaltigkeit. Meistens auf irgendwelche Mischungen in unterschiedlichen Gewichtungen, je nach Themenbereich. Diese Dinge hören aber dazu, dass wir sie abdecken und darüber dann auch dann ermöglichen, dass sie dann das Ganze dann auch mittragen können. Der letzte Punkt, den ich aufgreifen würde, ist das Thema Work-Life. Ich hasse diesen Begriff total, wobei ich ihn, sage ich mal, für bestimmte Menschen kann ich ihn verstehen. Also es gibt Menschen, die wollen einfach 9-to-5 arbeiten, weil sie auch, sage ich mal, von ihrer Struktur, von ihrer Vorstellung her vielleicht auch einfach, also die Veränderung zu etwas anderem wäre zu aufwendig für sie selber, als dass sie es machen würden. Das heißt, die brauchen es vielleicht mal und die muss man auch davor beschützen, dass es einen Ausknopf gibt, wenn sie aus der Praxis gehen und sie dann den Privatknopf anstellen können. Für viele andere aber, so wie für dich oder für mich oder Unternehmer oder so, ist es auch eher eine, ich nenne es eine Work-Life-Integration. Oder andere haben es mal gesagt, wenn ich mein ganzes Leben lang tue, worauf ich Lust habe, woran ich Spaß habe, dann werde ich keinen einzigen Tag arbeiten. Und das ist auch was, was viele mich fragen. Ey, wie machst du das? Podcast, Fünfwachsen, Fortbildung, hier schon wieder und da bist du unterwegs und dann bist du am Handy und keine Ahnung, du reagierst sofort, wenn man dich mal was fragt und so, wie machst du das? Ja, ich habe da einfach Lust drauf. Manchmal ist es auch anstrengend und ich habe auch keine Lust drauf, aber das überwiegt nicht. Das ist dann auch so. Das merkt dann keiner und es geht auch keinem was an. Aber im Prinzip macht es immer Spaß und ich glaube, das ist auch bei dir. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen und du wolltest auch gerade sowieso noch eben einsteigen in den Bereich. Ich glaube, was uns nicht bewusst ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe keine Kinder, dass Muttis einfach zwei Fulltime-Jobs haben, wenn sie eine 40-Stunden-Stelle haben. Und das musste ich auch lernen, dass es nicht so ist, dass das Mitarbeiter sind, die einfach nur 9 to 5 arbeiten wollen. Die können nicht mehr und die haben teilweise nur drei, vier Stunden Schlaf, weil zu Hause halt wirklich noch eine Familie wartet, die einfach ja auch irgendwie abgedeckt werden muss. Und die Kinder fordern ja auch Zeit ein und das kann ich einfach auch nachvollziehen. Und dementsprechend kann ich jetzt mal alle Frauen hier in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass die nicht Karriere machen wollen, sondern dass die sich einfach proaktiv auch für die Familie entscheiden und das finde ich auch toll. Und da müssen wir als Arbeitgeber halt einfach auch unterstützend wirken. Und das ist halt immer noch so, dass oft die Frauen sich eher um die Kids kümmern als die Männer. Und ich merke das in meiner Praxis, dass Muttis aber oft sehr, sehr effizient arbeiten. Das heißt, eine Fachkraft, die vielleicht eine normale Arbeit in acht Stunden machen würde, schafft eine Mutti halt vielleicht auch in vier, weil die das gewohnt ist, nochmal ganz anders irgendwie ihre Zeit zu bündeln. Die muss effizient sein. Und wenn man sowas vielleicht auch im Kopf behält, dann kann man natürlich auch tolle Modelle finden für Muttis. Und das machen wir auch. Also da achten wir schon auch drauf, dass wir beachten, hey, Frieda zum Beispiel hat drei Kinder und die macht Totalkarriere gerade. Die macht bei dir alle Kurse, will sich jetzt da voll in die KFO reinhängen, Master machen bei dir. Also es geht beides, aber da muss das Unternehmen das auch möglich machen. Mit zum Beispiel Remote-Arbeitsplätzen. Finde ich jetzt eine Polarisierung, die du jetzt da gerade betreibst, wo ich gerade jetzt auch natürlich überlegen muss, wie stellen wir uns das, wie stellen wir uns selber als Unternehmer dar. Und das ist jetzt tatsächlich ein politisch, also nicht politisch, politisch, sondern politisch Korrektheitsthema. Gleichberechtigung, Emanzipation, Männer, Frauen, unterschiedliche Möglichkeiten dort im Bereich Job. ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema, mit dem man immer wieder konfrontiert wird. Und es ist so, dass, sage ich mal, im Angestelltenbereich, in der Zahnarztpraxis, mittlerweile, glaube ich, dass die Frauen 90 Prozent etwa ausmachen, sei es jetzt in Assistenzberufen oder auch als Ärztin oder so. Und dann auch Teilzeitmodelle zum Teil dann überlegen durchzuführen. Da stellt sich natürlich die Frage, weil, ich sage mal so, ich habe mich nie für das Thema Diskriminierung, Emanzipation oder sonst was interessiert, weil das mir von Geburt an irgendwie so fremd ist, weil ich habe immer, für mich war immer einfach jeder irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise gleich. Ich fand das immer schwer, da reinzudenken. Und ich fand dann oft welche, die, sage ich mal, gegen Diskriminierung arbeiten, die haben eigentlich erst die Diskriminierung aufgebracht. Quasi so hatte ich auch das Gefühl. Aber natürlich sind das wichtige Themen, über die man sprechen muss. Und da würde ich aber gleichzeitig auch an die Männer und an die Frauen herangehen, um da nochmal zu überlegen, ist es immer das Problem des Arbeitgebers in dem Bereich oder ist es manchmal auch das eigene Problem? Also wenn man zum Beispiel sieht, du hast die Frieda zum Beispiel genannt. Frieda macht Karriere als Selbstständige mit drei Kindern. Ist eine ganz andere Geschichte, als die Mutter, die ihr erstes Kind bekommt und ab dem zweiten Tag, seitdem sie schwanger ist, sofort krank ist und darauf besteht, dass sie nichts mehr tun darf. Das ist, sage ich mal, eine Erfahrung, die, glaube ich, viele machen und die manchmal auch frustriert, wo es auch vielleicht ein Arbeitungskonzept ist. Es gibt natürlich genau das andere, wenn wir jetzt sehen, eine alleinerziehende Mutter oder so. Wie soll die das machen? Ja, keine Ahnung. Das ist echt ein Problem. Das verstehe ich total. Und da müssen wir die Möglichkeit schaffen, das zu tun. Der dritte Punkt, den ich da auch manchmal sehe, ist, da wünsche ich mir dann auch, dass die, um das Wort mal anzusprechen, dass die Emanzipation, die im Job vorgebracht wird, dass die auch endlich mal zu Hause in den Familien dann auch ankommt. Wenn ich dann sehe, ich habe eine wunderbare, tolle Mitarbeiterin, dann bin ich auch bereit, dafür entsprechend ein Honorar zu zahlen, was das entsprechend auch darstellt. Und jetzt sehe ich dann oft, dass sie einen Mann haben zu Hause, der weniger verdient als sie, aber die bessere Steuerklasse hat. Und wenn das Kind krank ist, fehlt dann die Frau und es geht nicht, der bleibt nicht der Mann zu Hause. Also da, wo man dann sagen muss, Leute, arbeitet auch mal zu Hause da dran, dass ihr die Möglichkeiten habt, dafür euer Leben zu führen, was ihr gerne möchtet. Das ist jetzt gar nicht, also da möchte ich mich als Arbeitgeber gar nicht einmischen. Das soll jetzt nicht missverstanden werden. Ich möchte auch nicht eine Männer-Frauen-Sache oder so draus machen, aber da muss einfach jeder für sich selber mal einstehen dann in dem Bereich und sagen, hey, mein lieber Mann zu Hause, ja, ich verdiene mehr als du, ich habe bessere Karrierechancen als du. Jetzt sehen wir das Ganze einfach mal realistisch. Also da muss ich direkt mal eingreifen. Also ich glaube, dass du das Thema Diskriminierung, was Frauen angeht, damit bist du wahrscheinlich nicht so oft in Berührung gekommen, weil du es selber nicht erlebt hast. Aber ich bin mir ganz sicher, ohne dir zu nahe zu treten, dass du bestimmt schon mal selber, ohne dass du es wolltest, das gemacht hast. Und ich gebe dir mal ein ganz, ganz kleines Beispiel, nicht von dir, aber was mir ganz häufig in meiner Gründungszeit passiert ist. Also als ich gegründet habe, haben ganz, ganz viele Dentaldepots zu mir gesagt, aber Sie sind doch eine Frau, haben Sie nicht einen Partner, der Sie da unterstützt? Punkt eins. Also Sie sind doch eine Frau, wie können Sie das denn? Und dann, das ist ja verrückt, das ist ja ein finanzielles Volumen. Und das als Frau, und Sie sind ja noch so jung, und ich kriege ganz oft, Sie ist ja schon sehr verrückt, so wie Sie sich anziehen, haben Sie da nicht Angst, dass das vielleicht auch ein bisschen unseriös wirken kann? Ich würde mir, also ich stelle mir wirklich die Frage, wie oft Männer diese Frage gestellt bekommen. Was denken Sie von Familienplanung? Wieso bekomme ich ständig diese Frage gestellt? Die mich ja wahnsinnig unter Druck setzt, muss ich einfach ehrlich sagen. Aber warum bekommen das meine männlichen Kollegen nicht? Und all diese Themen, die resonieren ja nicht nur mit mir, die resonieren auch mit meinen Mitarbeiterinnen. Und die Mitarbeiterin weiß, dass zu Hause das nicht richtig läuft. Aber ich finde schon, dass wir als Arbeitgeber genau diese Frauen unterstützen können. Und da muss ich wirklich mal eine Lanze brechen. Und das soll auch nicht politisch werden hier, um Gottes Willen. Aber wir hatten eine Mitarbeiterin, die ständig krank war, weil ihre Kinder krank waren. Der Mann hatte aber mehr verdient. Das war also komplett nachvollziehbar. Die hat, obwohl sie krank geschrieben war, von zu Hause weitergearbeitet. Und hat dann von zu Hause alles Menschenmögliche gemacht, damit trotzdem ihre Aufgaben erfüllt wurden. Einfach, weil so eine Wertschätzung von uns kam und wir das verstanden haben. Und genauso ist es jetzt. Wir haben eine Maus, die schwanger ist. Das hat sie aber drei Monate vorher angekündigt, dass sie es jetzt versucht. Sie ist schwanger und ist normalerweise Stuhlassistenz, sitzt jetzt hinten, telefoniert Recall-Listen ab. Und dann haben wir uns gemeinsam wirtschaftlich überlegt, dass es aber schlauer ist, sie ins generelle Beschäftigungsverbot zu setzen. Und wir wissen auch schon, wenn sie wiederkommt, dass es dann wahrscheinlich eine Sterrigstelle wird oder wahrscheinlich auch eine Bürostelle, weil eventuell danach noch mal ein Kind kommt. Das ist aber klar und offen kommuniziert, weil ich 100 Prozent sage, passt mal auf, wir sind eine Kinderzahnarztpraxis. Wir müssen familienfreundlich sein. Wenn nicht wir, wer denn dann? Und ja, das ist manchmal wirtschaftlich doof. Aber was meint ihr, was das für eine Außenwirkung macht? Und was meint ihr, die erzählt es ihrer besten Freundin, die auch ZFA ist? Und dann habt ihr diese Personalprobleme nämlich nicht. Und das muss ich einfach sagen, wir machen uns die Personalprobleme, und da sage ich das Wort selber, weil wir unsere Leute, und da ziehe ich mich ja auch mit rein, ich mache auch ganz viele Fehler, weil wir sie nicht genügend wertschätzen, nicht genügend anerkennen, was zu Hause teilweise auch noch auf die wartet. Und wenn wir da an uns arbeiten und wertschätzender werden und die Leute mehr verstehen und mehr auf die eingehen, dann kommt das doppelt und dreifach zurück. Man muss sich manchmal nur trauen und mal an den sauren Apfel beißen und sagen, ja, ist jetzt kacke, aber für die ist das toll und das zahlt sich doppelt und dreifach aus. Das ist meine Erfahrung bisher. Das ist noch nie schiefgegangen, wenn man mal einen Vertrauensbonus vorschießt. Stimme ich hundertprozentig zu, auch in dem Bereich. Mein Job ist es natürlich hier auch, teilweise auch mal ein bisschen zu polarisieren in dem Bereich, damit das Thema ein bisschen Dampf bekommt. Und weil ich auch einfach weiß, dass diese Gespräche draußen auch geführt werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich stimme dir da hundertprozentig zu in dem Bereich. Und das ist auch etwas, was teilweise auch wirklich noch sehr stark unterschätzt wird. Wir haben auch Folgen darüber gehabt, über das Thema, ja, Wiedereingliederung und so weiter. Wir sind, glaube ich, wann war das? 2000? 2009 waren wir eine der ersten Praxen Deutschlands zum Beispiel, die ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt hatte mit dem Schwerpunkt Wiedereingliederung von Schwangeren. Mega. Weil das einfach so ein logisches Thema auch ist, was man einfach auf dem Schirm haben muss. Also ich verstehe dich total. Ich verstehe teilweise auch die Argumente, die da geführt werden. Aber das Wichtigste, was du sagst, ist tatsächlich dann auch wieder, wir kommen wieder zum kulturellen Fit zurück. Denn nur der ermöglicht es, dass, sage ich mal, dann auch das Vertrauen irgendwo auch in tieferen Ebenen besteht. Was dann wiederum die Grundlage für die Kommunikation ist, die dann letztendlich auch das entscheidende Tool ist für eine individuelle Lösungsfindung, die man dann braucht. Und da haben wir tatsächlich eines der Probleme immer wieder. Also man kann es quasi immer auf das Thema Vertrauen, aber auch Kommunikation zurückführen. Wenn wir keine Kommunikationskultur haben in unserer Praxis, dann können wir machen, was wir wollen. Es wird nicht funktionieren, weil man kann den Leuten nur vor den Kopf schauen. Und daran scheitern die Leute auch in der Partnerschaft oder sonst wo im Freundeskreis. Ja, selbst wenn du mit deiner Frau in Urlaub planen willst und du weißt nicht, ob sie lieber in die Sonne oder in den Schnee will. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, da hast du absolut recht. Und ich glaube, jeder kann auch nachvollziehen, wenn man eine Schichtung hat, irgendwie, und das gibt es ja in vielen Praxen, irgendwie von 8 bis 8 oder 8 bis 18 Uhr. Und jetzt ist man schwanger und gerade in den ersten drei Monaten, da ist halt die Gefahr von einer Fehlgeburt doch relativ hoch. und dass man dann relativ schnell auch sagt, hey, ich möchte diesen Stress nicht und manchmal hat, also ich weiß es ja, ich war vorher in einem sehr, sehr großen Unternehmen und da haben die manchmal zwölf Stunden durchgerockt, dann irgendwie in die Pause noch reinbehandelt, da hatten die noch zehn Minuten Pause. Das ist halt doof, das ist halt wirklich doof und dann ist auch nachvollziehbar, dass die sich sofort krankschreiben lassen, weil sie sagen, dieser Arbeitgeber hat für mich nicht viel gemacht, was soll ich denn jetzt für den machen? Das ist dann das Mindset und da ist halt vorher schon viel schief gelaufen, finde ich. Absolut, genau. Und oft wird das dann auf ganz anderen Ebenen abgekommuniziert, nicht, dass man sich abspricht, komm, lass uns mal drüber reden, auch wie du sagst, es ist doch wunderbar, wenn man sagt, die Familiengründung steht an, oft weiß man das doch als Chef, wenn man sich so ein bisschen mit seinen Mitarbeitern beschäftigt. Je nachdem, wo man dann auch lebt, also wir zum Beispiel haben Niederrhein, das ist tatsächlich relativ traditionell zum Teil und dann fängt ja die Verlobung an und dann fangen die Hochzeitsplanung an und dann wissen wir auch, es werden jetzt weitere Schritte folgen, weil das einfach traditionell so dort der Usus ist und dann ist auch gut und dann kann man das einfach mal ansprechen und ich finde auch, da kann man dann manchmal die Angst auch als Arbeitgeber wegnehmen. Es ist ja so, im Bewerbungsgespräch, sag ich mal, ist es vielleicht kritisch zu fragen, wollen sie schwanger werden oder so und das ist auch juristisch sicherlich ein ganz großes Problem und anfechtbar, aber wenn man sich schon ein bisschen kennt, dann kann man sagen, hey, ich weiß doch, dass dir Familie wichtig ist, sonst wäre es ja gar nicht bei uns, weil wir sind halt einfach so bei uns, wenn sich da irgendwas ergibt oder wenn du Pläne hast, bezieh mich doch einfach frühzeitig mit ein, damit ich dir helfen kann und dass du die besten Wege dafür dich findest. Also so habe ich dich jetzt verstanden und so finde ich es auch sinnvoll, so betreiben wir es zum Beispiel auch und das kann ich einfach jedem empfehlen und natürlich muss man auch sehen, dass auch das, manchmal stellt man auch fest, es funktioniert auch nicht mit jedem genau gleich. Dann ist es eben so. Ja, dann gibt es welche, die kommen dann von selbst und sagen das und da ist man natürlich auch ganz anders strukturiert. Und es gibt dann manchmal auch Mitarbeiterinnen, die verändern sich dann plötzlich so vielleicht auch durch ihre Familie getriggert oder die sagen, so lieber Chef, ich werde jetzt schwanger werden und wenn ich schwanger bin, dann sei dir schon mal drüber klar, ich darf dies nicht machen, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen. Dass das vielleicht ein ungünstiger Gesprächseinstieg dann in dem Moment ist, ist auch klar. Aber dann sind wir wieder auch als Chef gefragt, dass wir einfach mal unser Ego beiseite lassen und dann nicht sagen, hey, ich weiß es aber besser als du, ich zwinge dich jetzt. Trotzdem, das sieht man so oft, wo man dann einfach sagen kann, hey, ich verstehe dich, du machst dir total Sorgen und ist auch vollkommen berechtigt und gerade in der ersten Zeit, lass uns mal drüber reden, wollen wir uns nicht mal zum Kaffee zusammensetzen und dann finden wir Lösungen und auch gerade das, was du sagst, was wir machen, zum Beispiel auch ganz oft, dass wir Teilzeitarbeiten weiter entsprechen und dann auch mit denen machen, dass auch wenn sie dann ihr Kind geboren haben, die Elternzeit heißt ja nicht zwingend, man darf nichts tun, man muss isoliert sein. Das ist ja, kann man auch seinen Mitarbeiterinnen mal klar machen, dass sie auch wissen müssen, wenn sie drei Jahre raus sind und kommen dann wieder, die Welt hat sich weiter gedreht in der Zeit. Das ist vielleicht nicht der beste Plan, es genauso zu machen, wenn man möchte, wenn man genauso wieder einsteigen will wie vorher. Es ist riskant. Das heißt, wenn man es schafft, irgendeine Bindung weiter zu haben, sei es jetzt zumindest auf der persönlichen, aber vielleicht auch auf der persönlichen und auf der Arbeitsebene, durch kleinere Arbeiten, die man macht, irgendwas remote von zu Hause aus, in eine Liste abarbeiten oder irgendwie so, dass man komplett flexibel machen kann, ist man sicher schon wieder auf dem richtigen Weg. Absolut, absolut gebe ich dir 100 Prozent recht. Also schlussendlich, glaube ich, hängt es immer daran, dass die Kommunikation einfach stimmen muss und das ist ein ständig, ständig sich weiterentwickelnder Prozess und ich mache gerade so ein Coaching von, ein Coaching von der Lea-Sophie Kramer, vielleicht kennst du die, das ist so eine ganz große Investorin aus Deutschland und die hat ein Coaching ins Leben gerufen, das heißt Ten More In, das ist nur für Frauen und ich will hier nicht als Emanze so rüberkommen, aber ich finde schon, dass das ein wichtiges Thema ist, was man auf die Karte bringen kann und es ist nicht so, dass ich mich da wahnsinnig stark für das Thema mache, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, muss ich hier meine Lanze für die Frauen brechen, weil das in vielen, vielen thematischen Bereichen in der Zahnmedizin irgendwie vergessen wird und es ist halt schon so, dass wir vielleicht nochmal ein anderes Gepäck manchmal mittragen müssen als unsere männlichen Kollegen und ich rede nicht von mir, ich rede wirklich von den Muttis und woran wir vielleicht denken sollten, wenn das in diese Richtung Schwangerschaft geht oder wenn es, und du sagst es ja selber, es ist ein politisch total schwieriges Thema, ihr müsst ja nicht direkt fragen, hey, wie sieht es denn aus, hast du in den nächsten drei Monaten vor, Sex zu haben und könnte das sein, dass da vielleicht dann ein dicker Bauch entsteht, aber ihr könntet schon sagen, hey, kannst du mich, so wie du es formuliert hast, in deine Zukunftsplanung mit einbeziehen, denn falls sich irgendwas ändert, dann wäre es auch deinen Teamkollegen gegenüber mega fair, wenn wir rechtzeitig Ersatz finden und jemand, der deinen Verantwortungsbereich dann wirklich auch adäquat übernehmen kann und wer könnte den denn besser einarbeiten als du und so haben wir das gemacht und das kam gut an, also das wird auch nicht immer funktionieren, hast du auch recht und es gibt immer auch, na klar, Miesmuscheln und es gibt immer auch Menschen, die das nicht verdient haben, dass man so denen gegenüber tritt, aber nur weil es ein, zwei von diesen Miesmuscheln gibt, muss man halt nicht den 200 anderen, die vielleicht das ganz toll und wertschätzend aufnehmen, schwer machen und so wie ihr in die Welt hineinschreit, so kommt es auch zurück. Wie gesagt, klar gibt es auch immer, ich habe auch eine blöde Erfahrung gemacht, aber wenn man dann wirklich mal reingeht und versucht, auch die andere Seite zu verstehen, dann gibt es auch Gründe, warum sich dann jemand vielleicht mal in euren Augen doof verhält, wenn man dann wirklich mal tief sich selber reflektiert, was habe ich denn da in der Situation falsch gemacht und wenn wir so in die Welt, nicht nur in der Zahnmedizin rausgehen, glaube ich, schaffen wir das einfach auch insgesamt das Leben ein bisschen angenehmer für alle zu machen. Es soll jetzt nicht tief philosophisch klingen, aber vielleicht ein bisschen. Nein, absolut, stimme ich dir auch voll zu. Ich würde jetzt einen letzten Themenblock noch eben übernehmen, der sich aus daraus gerade ergeben hat und zwar, du hast das Thema dann Einarbeiten und Ersetzen entsprechend gemacht. Das haben wir schon gestriffen eigentlich, das Thema, nämlich, dass wir gesagt haben, wir sprechen über Skripte, wir sprechen über Prozessstrukturen, Rollen und so weiter und da würde ich nochmal ganz gerne als abschließenden Bereich für dich nehmen. Du hast vorhin gesagt, als Kind bist du schon so sehr strukturiert aufgewachsen. Welchen Einfluss? Also erklär das mal genauer, was meinst du damit, ohne jetzt irgendwas zu Persönliches zu verraten. Was meinst du damit und wie sehr hat dich das dabei beeinflusst, dass du dann auch schon diese extrem konkrete und präzise Struktur jetzt für deine Praxis Dentiland aufgebaut hast? Ich bin mit vier Jahren fing das im Prinzip an, also bis dahin geht meine Erinnerung zurück, dass ich wirklich auch schon im Kindergarten im Leistungssport tätig war, also ich habe Leichtathletik gemacht und wenn andere Kinder irgendwie Buden gebaut haben oder Spielen waren, dann war ich halt im Sportverein und mit sechs Jahren habe ich angefangen mit dem Reitsport und dann war es so, dass mein Vater zu mir gesagt hat, wenn ich es schaffe, in der dritten Reitstunde zu galoppieren, dann gibt es das erste eigene Pferd und das hat er dann vom Schlachthof gerettet und hat das dann meinen Opa und mein Papa, die sind Landwirte und hat das dann im Schweinestall untergebracht, das war dann so meine Überraschung zum sechsten Geburtstag. Und dann war es immer so, dass wir nach der Schule, also ich hatte irgendwie um 13, 14 Uhr Feierabend, dann bin ich schnell Mittagessen gegangen, da hatte ich 15 Minuten Zeit, das wusste ich auch, musste dann nach Hause, weil wir in den Stall mussten. Da hatten wir dann über die Zeit, mein Vater hatte angefangen Pferde zu züchten, dann auch mehrere Pferde, die mussten auch versorgt werden und dann war ich so um 10 Uhr zu Hause, dann ging es in die Badewanne, da wurde dann zum Beispiel Vokabeln gelernt, Mathe Abfolge gelernt, Hausaufgaben gemacht und um 11 Uhr war ich im Bett und bin dann morgens um 6 Uhr wieder aufgestanden, habe Frühstück gemacht für Papa und mich und habe das Auto rausgefahren und so lief meine Schulzeit bis zum 13. Lebensjahr, dann bin ich auf eine Sportschule gekommen und auch da lief es so, dass du nicht Zeit hattest für Freizeit. Also ich hatte per se nicht eine normale Kindheit, in der man mit anderen Kindern gespielt hat, sondern meine Belobigungen kamen auch immer nur dann, wenn ich eine Leistung erbracht habe. Also ich bin ein wahnsinnig leistungsorientierter Mensch und hole mir so auch meine Anerkennung und definiere Erfolg immer über Leistung, was natürlich auch sehr toxisch sein kann. Arbeite ich gerade dran. Aber das ist mein innerer Motor, der mich immer wieder antreibt und immer wieder auch morgens aufstehen lässt, wo vielleicht andere sagen, wir gehen mal mit Freunden Kaffee trinken. Das gibt es bei mir gar nicht und deshalb hat sich auch mein Freundeskreis aus Leuten gebildet, die genauso verrückt sind wie ich und mich anrufen und sagen, und wie läuft es in der Praxis? Erzähl mal ein paar KPIs. Die fragen halt nicht, wie geht es, sondern so eine Sache. Stefan Helker, liebe Grüße an dich. Und das ist aber total spannend und wie gesagt, na klar kann das auch auf Dauer toxisch sein und ich arbeite auch, wie gesagt, daran auch mal, mich mal rauszunehmen und irgendwie auch mal zu entspannen. Das muss ja irgendwie auch sein. Aber ich habe halt auch viel, viel Freude an den Projekten und das hat mich natürlich auch dazu gebracht, vor Dentyland wollte ich meinem Vater unbedingt beweisen und stolz machen, dass ich das als junge Frau auch alleine schaffe, denn ich habe keine finanzielle Unterstützung von meinen Eltern bekommen. Ich habe es wirklich komplett allein gestemmt und mache es halt jetzt ja auch komplett allein. Wie gesagt, Gott sei Dank jetzt mit einem tollen Team. Und da habe ich mir, bevor wir gegründet haben, ein Handbuch überlegt und in diesem Handbuch steht sogar drin, wie die Fingernägel auszusehen haben. Da steht drin, welche Frisur die Mitarbeiter haben, dass die Klamotten gebügelt sind, was die anhaben, wie die, wir haben Codewörter für bestimmte Sachen, also auch mal für die Frauen. Regelblutung ist bei uns Avocado. Wenn eine Frau auf Toilette muss in der Behandlung, was echt ungünstig ist, dann kann sie nicht sagen, ich muss auf Toilette, man kann sagen, ich muss auf die 17, aber wir haben ja gesagt, Avocado, da kann kein Patient was damit irgendwie verbinden. Vielleicht kann man das übernehmen, den Praxisalltag hat schon oft geholfen bei uns. Und beim Onboarding nutzen wir genau auch diese Systematik. Das heißt, Bewerbung, alleine schon da, findet ein Persönlichkeitstest ja statt. Ich hatte über den Talfreund vorhin gesprochen. Jetzt kommt es zum Bewerbungsgespräch, das führe auch nicht ich, das macht meine HR. Und die hat einen ganz, ganz klaren Bewerbungsbogen, auch, das Probearbeiten ist nicht einfach nur mitlaufen, denn es ist ja nicht nur ein Probearbeitstag für uns, sondern auch andersherum, auch der Bewerber schaut sich ja an, gefällt es ihm hier? Und wenn so ein Probearbeitstag halt stinklangweilig ist und die einfach nur irgendwie in der Ecke steht und zugucken darf, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so cool rüberkommt. Also haben wir uns auch da ein Programm überlegt für den ersten Tag. Probearbeiten, eine Woche, bevor sie eingestellt wird, gibt es eine Mail und das Handbuch, dass sie eine Woche Zeit hat, da einfach mal reinzublättern. Wir erwarten aber nicht, dass sie schon auswendig kann. Am ersten Tag gibt es ein kleines Präsent mit einem Branding von Dantyland drauf plus Blumenstrauß und sie läuft in jeder Abteilung zwei Stunden mit. Nach sechs Stunden ist der Tag vorbei. Sie geht nach Hause, ist erst mal beseelt und ab dem zweiten Tag ist sie komplett in der Schiene, in der sie dann später auch eingesetzt werden soll. und wir haben dieses Mal mit einer Mitarbeiterin was gemacht und das empfand ich als wahnsinnig smart, muss man sich aber leisten können. Wir haben jemanden, der an der Rezeption und am Telefon später mal arbeiten wird, zwei Wochen im Behandlungszimmer gehabt, dass die jeden Behandlungsablauf kennengelernt hat und wirklich versteht, was da gemacht wird. Denn wir haben oft erlebt, wenn am Telefon ein Patient fragt, hä, warum? Dann war das schwierig für die Mäuse, die nicht im Zimmer waren. Die, die aber wirklich im Zimmer auch mitgearbeitet haben und verstanden haben, was da passiert, konnten ganz anders vor dem Patienten kommunizieren. Und das müssen ja nicht mal ZFAs sein, die am Telefon sitzen oder Rezeptionskräfte, ich sage immer Direktoren des ersten Eindrucks, die müssen nicht ZFAs sein, die können auch aus dem Service kommen, aus der Hotellerie, wie auch immer, aber das ist schon wichtig, dass die verstehen, was im Zimmer passiert und was das Konzept beinhaltet. Und das ist unser Onboarding und das dauert vier Wochen, bis jemand alleine fliegen darf. Nach vier Wochen, wenn du nicht alleine fliegen kannst, darfst du gehen. Punkt. Ja, da sieht man auch mal wieder die Mischung aus, den lieben und netten Worten und dem, was dann tatsächlich passiert. Also du darfst gehen, wenn du die Leistung entsprechend nicht gebracht hast. Dann merkt man auch direkt, dass da was passiert. Auch finde ich super gut. Damit möchte ich auch abschließen. Also wer aus dieser Folge nichts mitgenommen hat an wertvollen Tipps, sage ich mal, von der Brandbildung, aber auch von der Struktur her, von der Mitarbeiterführung, vom Selbstcoaching her, von den Prozessen, die nicht nur die offensichtlichen, wie setze ich eine Zahnspange ein, sondern auch, wie arbeite ich jemanden ein und dann auch, darüber haben wir nicht gesprochen, auch wie gliedere ich einen wieder ein nach einer Schwangerschaft oder wie oft borde ich jemanden, der die Praxis vielleicht verlässt und man möchte vielleicht keine verbrannte Erde, sondern es einfach auch saubere, ordentliche Art und Weise lösen für alle Beteiligten, damit er trotzdem sagen kann, hey, war kein Fit, aber ich habe noch jemanden in meinem Bekanntenkreis, der könnte vielleicht besser passen, denn so verhindert man dann auch tatsächlich den Fachkräftemangel, wie du auch sagst und auch, sage ich mal, die Prozesseinteilung, wie du es nennst, dass man einfach mal den Leuten die Möglichkeit gibt, was zu sehen, was kennenzulernen, sich zu entwickeln, das eröffnet dann auch wieder Tür und Tor dafür, dass man, wie du so schön sagst, jemanden aus dem Service, aus der Hotellerie oder sonst irgendwo kommt und dann, liebe Leute, das sind keine Fachfremden, die bringen Fähigkeiten mit, von denen träumt ihr, ja, da wisst ihr noch gar nicht vielleicht, dass ihr sie braucht und das andere, das bisschen Zahnmedizin, dieser kleine Kleckerkram, den kann man den schnell beibringen, aber dass jemand, dass jemand, sage ich mal, Krieger hat, dass jemand eine Ausstrahlung hat, dass jemand ein zugewandtes Wesen hat, das sind Dinge, das beizubringen, da beißt ihr euch die Zähne wortwörtlich dran aus und insofern auch das Thema Persönlichkeitstest, finde ich auch klasse, machen wir auch und da gibt es auch schon die erste Qualifizierung, dass die Leute den Persönlichkeitstest machen, ne, sowas will ich nicht machen, ja, sorry, wenn du jetzt, wenn du nicht mal so einen Standard-Persönlichkeitstest ausführen willst, dann werden wir garantiert nie ein vertrauensvolles Gespräch irgendwo mal zwischendurch führen und dann werden wir auch nicht zusammenpassen, vielleicht für vier Wochen, aber nicht für zwei Jahre und insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch, das können wir gerne nochmal an anderer Stelle auch weiterführen, also hört euch das zwei, dreimal an, diese Folge hat wirklich viel Inhalt. Vielen Dank, liebe Anne, schönen Abendstag wünsche ich dir noch und bis bald wieder. Danke dir. So, das war der Lean Orthodontics Podcast, Daumen hoch, Kommentare schicken, meldet euch bei mir, wenn ihr irgendwelche Fragen, Themenwünsche habt und natürlich auch, wer einfach mal einen Sparringspartner haben möchte, auf Augenhöhe über die Dinge sprechen kann, wo der Freundeskreis dünn geblieben geworden ist oder wo die anderen Kollegen, mit denen man sich früher zum Stammtisch getroffen hat, einfach nicht mehr mitreden können, weil die so hinter euch zurückbleiben, dann kommt auch einfach zu mir, sprecht mich an, da finden wir tolle Möglichkeiten, euch dann auch gemeinsam weiterzuentwickeln und das war es von mir, schönen Tag noch, bis dann.